Mein Name ist Jamie Cordero. Ich komme aus dem schönen Bremen. Ich bin 30 Jahre alt und trainiere im Elevate Gym Bremen. Hauptberuflich bin ich Personal Trainer und ich habe jetzt vor kurzem mein eigenes Gym gegründet. So ist es für mich möglich zwischen Familie, Gym, Personal Training, diese Balance mit den Kämpfen trotzdem noch auf einer Ebene hinzukriegen. Bei dieser Show dabei zu sein bedeutet für mich eine riesige Chance. Einfach mich, mein Gym, mein Team bekannter zu machen. Wir sind relativ neu am Start in der MMA-Szene und das ist für mich eine große Chance. Verrückt sein gehört wohl dazu. Man liebt die Herausforderung, man liebt die Challenge. Das ist eines der vielfältigsten Sportarten meiner Meinung nach. Man muss auf allen Ebenen gut sein und ich stand schon immer auf Challenges. Die Herausforderung liebe ich und bringt mich auf ein neues Level. Jedi. Vielen Dank.